immer wenn ich ne kiste sehe und ich einen schritt auf die kiste hin bewege kommt monster alter vier von den könnten vier werden deswegen ach ne ich glaube die verdurfte ja gar nicht das was wir doch mal werden wie der schon tut ist auch schnell der ist doch nicht tot ich habe jetzt zwei mit einem angriff gilt auch neu ja das war so der schlauste move er das ist auch auf cloud eingestellt gelacht ich habe den angriff mit die vergattung aufgemacht weil ich denke dass er die todes seht ihr das funktioniert schon irgendwie ja schon irgendwie plus 1 müssen wir mal gucken warte 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 feuer 3 da fehlt noch ein bisschen was schutz ist schon stufe 4 plus 80 prozent irgendwas irgendwas soll ich nicht lesen kann sie war schon stufe 3 oder das herrlich barmuth fast stufe 2 gegenangriff ist schon stufe 2 ich habe zwei todesstrafe und e4 selbstwort geil speichert allgemein die ersten vier die ersten 20 sind das glaube ich so wie es aussieht die ersten 20 feindsattacken gehabt bekommt wo sind 20 feste kraft halten objekte ist mir egal was gibt es denn so schönes geist moral wer könnte von dem der wachsamkeit und die vitalität hp ja da kommt tiefer gebrauchen kann doch keine hp die stärke cloud definitiv und das war schon cool wenn ich einen speicherpunkt habe erst mal im zelt schlafen was ist das denn du verarsch mich hölle mit sowas habe ich gerade nicht gerechnet stahlkling schwert jetzt bin ich zum ersten mal wache und sehe auch mal die animation dafür gleich nice ok ach so stahl klingt so so ein one shot ja 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 kann ich ja nicht wieder ordnen in der feld so das ist ein angenehmer und die speichern ohne wenn und aber so ich bin gespannt wie lange ich aufnehmen das ist heute irgendwie so eine kleine session also so eine lange session ist ja nicht nur fein fernsine die fußball hinten das ist das finde ich schon cool das muss uns sagen ich bin tolle tolle ding all den wolf bitte nicht ich mache aber folgendes was noch weil ich in einer eisgegend bin und das wird ziemlich doof weil an tiefer ist noch hier im enteis dran das wächst nicht nur gegen feuer auch hier absolvieren die hp absolvierung musste man mal mit dingenskirchen kombinieren warte tauschen habe hier absolvieren mit ungen das herrn und jeder glaube ich todes schlag und irgendwo mp absolvierung und ich mit schutz sondern mit titan genau warum nicht gleich so er kommt wo ich hin muss auch da gibt eine neue stadt da ist so eine große stadt leider habe ich kein buggy ich habe nichts hier ich bin verloren oh die haben sich vermehrt einmal so alter genau das normale angriff musste gerne mal gucken ob die aufnahme überhaupt startet vor ich habe aktiv am tun ja das gehe ich gehe mal runter weil ich wissen will was da ist und hier ist ja mal nichts oder ich bin immer noch so der leisen hoffnung dass er irgendwann eine substanz liegt einfach so eine die auf mich wartet das soll doch wohl ein witz sein oder was ich bin gespannt wie lange die zweite cd geht weil bei der ersten war ja schon richtig viel input drin die zweite muss ja dann noch mal denke ich mir auf jeden fall so die muss ja nochmal genauso lang sein noch mal 70 folgen oder irgendwas boah hase na durfte an lager da ist es das sagt ne ich habe das war ich habe ich habe ich habe schätzen wie lange der feintal geht ich habe gesagt so halben stunde halben stunde jahren einer halben stunde spiele ich kann sie sieben durch das habe ich gesagt vorher nein halben jahr aber könnte wohl ein bisschen eng werden ein hundi der mit nach hause nehmen ich mache ja schon mächtig der menschen diese zum anfang so 35 denn jetzt hier bei der und hier müssen nein aber ich dachte schon nicht übernehmen ehrlich ich muss nach norden muss er hier drin sein str für stärke an die waffen cool neue waffen hallo für waffen hallo Upa wach auf wir haben einen kunden schmerz mhm oh willkommen schön dass du gekommen bist hey kollege ich glaube diamant habe ich sogar mikro laser hat er echt so eine schlechte waffe nur 35 angriff boah alter ne das kannst du auch niemand antun ja ja hallo bei allen guten sachen die wir hier haben wird dir lieber ganz schön schwer fallen naja ne also übertreibt man nicht drachenklau ist auch verlockend alles ist verlockend ich will mir jetzt mal noch mikro laser und dann war es das erstmal aber ich werde erstmal mit viel arm an fünf mal euch gar nicht mehr durfte dreizeit brauche ich nicht ganz einfach ja da platin ich habe keine ahnung wie viel das macht müsste ich alles ausprobieren oh hier links sieht es schön aus ah ne das geht gerade runter das dumme ist ich habe jetzt mein gesamtes geld ausgegeben und habe echt kein warte wir machen mal folgendes das tut mir gerade wirklich leid aber das muss sein so ausrüstung und gar nichts genau und gar nichts der kann nichts mikro laser und eine arbeitshandschuhe ok die drachenklaue könnte ich mir holen allerdings dann habe ich wirklich gar kein geld mehr so jetzt habe ich die beiden etwa gemacht so ausrüsten seraphim kam und hier diamanten anladen hä was da nicht noch mehr wohnung von vater ok ist geil klingeln ring adler auge rein da das ist doch keine diskussion so jetzt kommen wir erst zum jetzt machen wir es mal ein einzelfall der kann man machen cool denn fällt mir die ich überall ganz schön leicht und jetzt kommen wir zu dem bein mit denen ich fast noch nie gekämpft habe ich habe ein level nie trotzdem mal so gefragt oder war winzen wirklich level 39 q wechsel was wofür ist dieser angriff prozent weil 255 alter scheiße mut mal rein da hat nämlich eine definitiv ach ja der war ja so hallo dragonier lanze genau dreizeit mob hat 68 aber so wenige ich glaube da bald ich so erstmal den die dragonier lanze das kann ich verkaufen ok dann kommt hier wir weltwein und hier wird tiefer damit zufrieden und jetzt können wir nicht aus substanzen kaufen gehen und gleichzeitig sachen verkaufen die wir möchten so wird ja schon alles sortiert so weit ich weiß auch immer tut mir leid ich bin auf dem menü tut mir leid tut mir leid so menü geordnet ja doch mir geht's auch gut danke der nachfragen mein junge verletze sich zu der zeit als wir hier gezogen sind ich habe ihm nie ein snowboard kaufen sollen aber coole snowboard kleiner der cloud entspricht mich so an noch mal ja das war relativ interessant zu wissen oder auch nicht nächstes mal mach ich noch größe boh bin ich da hallo ja 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 lalalalalalalala um das tierum melden krank und im stoff das ist ein helden dran ist es ist natürlich Ich habe keine Lust zu gucken, was ein Helm-Tank ist. Oh, das war ganz gut, du leid. Hallo, ich will nicht mit dir reden. Ich habe gehört, der Mann hier ist ein erfahrener Bergsteiger. Man sagt, er kennt jede Ecke des Riesengletters. Also, also, mein Mann ist vor 20 Jahren weggegangen und immer noch nicht zurück. Er müsste zumindest bis zum Fuß der Garten-Ga-E-A-Klippen gekommen sein. Das ist auch auf der Karte mit einem X gekennzeichnet. Oh, ich kann keine Karte im Haus öffnen. Ab in den Hinterhof, Halle! Es ist fast unmöglich, die Nordgrenze ohne Karte zu erreichen. Wenn du dort hingehen willst, nimmst du besser die Karte an der Wand damit. Okay. Eigentlich rede ich mit allem. Ist das hier ein Klo? Komm ich hier raus? Nö. An welcher Wand? Nee, das ist ein Fenster. An welcher Wand? An... äh, lass mich rein. An welcher Wand? An welcher... Ah, 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 ah. Schau dich gerade an. Nimm dich keine... Schau dich gerade erstmal an. Warte. Mit einem X markiert. Ich sehe kein X und hier. Ich sehe kein X und hier. quarterf joint. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018